Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserer Partie gegen den 1. FC Saadrücken. Endstand 1 zu 1. Ich freue mich, dass die beiden Cheftrainer hier auf dem Podium neben mir Platz genommen haben. Zu meiner rechten Rüdiger Ziel, zu meiner linken Thomas Stamm. Das erste Wort gebührt den Gästen. Herr Ziel, bitte, ihr Statement zum Spiel. Ja, hallo. Ich glaube, man hat heute gesehen, warum Freiburg ganz weit vorne in der Tabelle steht. Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben viel Ball laufen lassen. Ich glaube, trotzdem haben wir dann relativ früh in der Partie dann auch Phasen gehabt, wo wir gut nach vorne gespielt haben, wo wir Ball haben laufen lassen, gehen dann auch mit 1-0 in Führung. Und letztlich waren dann viele Phasen, wo wir einfach verteidigen mussten, viel investieren mussten. Und es ging auch lange gut. Und umso bitterer ist halt, dass wir so spät den Ausgleich kassieren. Und auch noch die Art und Weise. Tut einfach weh, dass wir da jetzt noch die zwei Punkte haben hier lassen müssen. Trotzdem glaube ich, die Mannschaft hat viel investiert, hat viel verteidigt. Momente gehabt, wo wir nach vorne Situationen hatten. Aber letztlich glaube ich insgesamt, der ist unentschieden dann auch verdient für Freiburg. Aber es bleibt einfach der Moment und Art und Weise des Gegentors ist einfach sehr, sehr schmerzhaft. Und weil es halt irregulär war, einfach sehr, sehr bitter für die Mannschaft. Trotzdem, glaube ich, müssen wir Köpfe hochhalten. Wir haben gewusst, es ist ein schweres Auswärtsspiel. Hat sich so bestätigt. Wir hätten gerne die drei Punkte mitgenommen. Auch wenn es vielleicht dann unverdient gewesen wäre. Aber so tut es halt einfach weh und müssen, glaube ich, morgen auch das Analysieren. Köpfe frei kriegen wir einen Fokus auf das Spiel am Sonntag. Danke. Vielen Dank. Thomas, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich finde, wir sehen sehr, sehr gut. Ein Spiel gekommen. So wie Saarbrücken die letzte Szene beklagt, beklage ich die erste. Da kann man Elfmeter geben. Von den Situationen gibt es nochmal zwei. Dass er dann die letzte kurz vorm 1-1 nicht gibt. Wo Pius Kretschmann mit beiden Händen Max Rosenfelder runterringt. Ja, passt dann vielleicht auch zum Spiel. Dass man dann trotzdem durch so eine Situation das 1-1 macht. Ich finde in Summe mehr als verdient. Weil wir haben in der ersten Halbzeit nicht die Kompaktheit hinbekommen. Wir haben nicht die Balleroberungen gehabt, die wir uns gewünscht haben. Das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Deshalb finde ich auch, so wie es angesprochen wurde, die erste Halbzeit gab es ein paar gute Momente, die Saarbrücken auch gerade im schnellen Umschaltspiel direkt ein Vertikalspiel nach vorne gut bespielt hat. Hatte auch mit unserer Kompaktheit zu tun. Und das hatten wir in der zweiten Halbzeit, finde ich, dann deutlich besser gelöst. Ich kann mich an fast keine Chance erinnern, die wir dann zugelassen haben. Und haben trotzdem dann auch auf unserer Seite. Vincent läuft alleine gegen Batz. Normalerweise macht er so einen. Und ich glaube, einmal wird noch kurz vor der Linie geklärt, wo Oskar zum Abschluss kommt. Also wir hatten schon noch Chancen. Deshalb finde ich in Summe ein gutes Spiel gemacht. Wieder von unserer Mannschaft gegen eine aktuell sehr, sehr formstarke Mannschaft, die viel Wucht hat. Und ja, ich finde, über 90 Minuten ist es mehr als verdient, dass wir dann den Punkt noch geholt haben mit einem, ja, verständlichen Nachgeschmack, wenn ich die Szene dann nochmal sehe. Aber ich glaube, wenn es dann um die Entscheidung geht, gab es die ein oder andere heute, die deutlich mehr gegen uns war, wie wir dann für uns. Von daher, glaube ich, geht das in Summe dann auch in Ordnung. Vielen Dank, Thomas. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Gerne, vorne, rechts. Herr Magdalena Stamm, wir haben viele Spieler aus dem Kader, waren jetzt, also aus dem Rückspiel, waren heute nicht da. Was sind die alle bei Nationalmannschaften? Dann haben Sie ja Informationen, ob die noch gesund sind und auch am nächsten Wochenende hier zur Verfügung, die über beides, glaube ich, auch auf den Spielen. Ja, also ich hatte mit allen Kontakt. Aktuell sind alle fit. Die meisten spielen morgen nochmal, Dienstag und reisen dann Dienstagabend oder Mittwoch zurück und gehen aktuell davon aus, dass wir Samstag gegen Essen wieder die Jungs, die jetzt bei der Nationalmannschaft waren, auch wieder zur Verfügung haben. Gibt es weitere Fragen? Gerne. Ja, Herr Ziel, es gab ja dann noch die FUT mit dem Schiedsrichter. Hat er sich denn zu der Szene beäußert, zu der letzten Szene? Und ja, war es dann letztlich vielleicht auch wirklich wie beschrieben von Kollegen, dann eine Konzessionsentscheidung, weil es eben vorher, weil es da mehrere Szenen im Schlafung gibt, gab die nicht gar angeboten? Also, klar haben wir uns beschwert beim Schiedsrichter aufgrund der letzten Situation, aber er hat es einfach nicht gesehen. Er hat, glaube ich, die Position, die er dann im Spiel hat, konnte das auch nicht sehen. Von daher konnte er jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Ich glaube, jetzt auch hinterher mit ihm zu sprechen, macht dann wenig Sinn. Und von daher, ich muss meinem Kollegen recht geben, halt dann auch, wann ein, zwei Situationen bei uns im 16er, die er dann für uns gepfiffen hat, wo er Elfmeter geben könnte, gleicht sich dann irgendwo aus. Und trotzdem halt sehr, sehr bitter zu diesem Zeitpunkt. Das war's, glaube ich, das war's.